Musik Die Sportler haben also zwei Disziplinen. Der erste Disziplin ist ein Zielwettbewerb. Das heißt, er hat sieben Versuche in die Ringe hinein. Er kann zwei, vier, sechs, acht oder zehn Punkte erreichen. Und diese Punkte werden zusammengezählt. Der Schlechteste von den sieben Versuchen wird gestrichen. Mein Name ist Helga Stifter. Ich bin die Trainerin mit einem Kollegen von uns. Mit Herrn Geyer-Dieter. Zwei Stadtgruppen aus Wien. Von Jugendwerke Stetten. Und sie geben ihr Bestes. Sie können es auch. Und wenn es mal daneben geht, dann geht es daneben. Ja, dann ist es auch so. Da kommen wir an. Sie sind nicht traurig drüber, oder? Dann geht's jetzt... Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's.